Hallo, ich bin der Flauer Knaus. Ich gehe als Biker in die Sportschuhe. Trotz der Corona-Krise sollte man sich fit halten. Entweder mit Kraftübungen oder einfach koordinativen Übungen. Eine gute Übung ist das Jonglieren. Für uns braucht man nur drei Bälle. Und wer ein Jonglierbälle hat, kann auch einfach drei vorige WC rollen. Machen Übungen, es tut jedem gut. Und mit der BZ Übung macht es auch Spass. Bleiben gesund.